In diesem Jungen Ja, sieht so aus, als welchen Versagen steckt ein Held In Waffen wie dieser? Wie fängt man damit eine Seele an? Teuflische Power Meine Eltern haben meine Seele an den Teufel verkauft Ich brauche Hilfe dabei, die Verdammten zurück in die Hürde zu schicken Alle Zeichen drücken darauf hin, dass ich die Arschkarte gezogen habe Du bist ein richtiger Pessimist Daran feilt er noch Und in dieser Serie Sterben werden wir Was? Steckt die abgefahrenste Hüllenjagd des Jahres Drei gegen ein Knalltüter haben wir im Sack Am Montag Hörst du den Teufel lachen? Das kann ich am besten Reaper, ein teuflischer Job Nächsten Montag, 22.15 Uhr ProSieben